jo leute was gehabt willkommen zurück zu minecraft ja revolution das alte projekt ja das ist jetzt ausgemacht das gibt es nur ja weil jetzt haben wir mittlerweile schon einen tag haben wir heute montag und jetzt flexen wir alle weg ja ja genau zwei tiers gehabt fast ich auch komme ich sprengen sprengen ich habe ich habe am anfang zwei tiers zu bekommen ist richtig schwer aber es haben trotzdem viele irgendwie irgendwie haben es alle da hinten ist ne chest ich rolle mich chest ich rolle mich chest holt ihr die weitere chest ich weiß doch nicht mal wo du bist zwei tiers was ich sehe dich ich freue mir so ich freue mich komm holz holz 30 sekunden drei tiers hast du ja ich bin doch bei dir habe schon längst holz ach so du hast holz komm 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 workbench stiggis woher alles schneller 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 schau zack hier stiggis kraft ist schnell schutzzeit ist zu ende ich gucke ob jemand kommt da unten kärchen zwei okay schnell okay jetzt abstauber komm da auf den gold typ das ist kein gold typ du machst immer den abstauber jungs wie ich habe voll geboostet ähm ich brauche was zum essen 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 ich habe nichts mehr ich wurde geportet ich auch alter was geht hier schief der ganze wald fackelt ab ich sag mal so ich riskiert nichts ich riskiere nichts ich mir jetzt völlig scheiß egal oh da unten ist einer der hat schöne richtung der kann fliegen willst du mich verarschen der halb der ist geflogen alter und hat aber geklatscht ja der hat sich selber geklatscht der ist geflogen meine fresse was ist das für ein kack ich kann kein brot essen internet legt jetzt geht's bogen alter 97 blöcke entfernt das reicht erstmal zum mich ausrüsten zack zack essen ok fertig da gleich mal die nächste kiste holen gut hoffen dass die ersten vier eisen feine unterricht der spul schickt ich glaube das wird eine richtig gute runde noch ja das sieht ganz gut aus ich habe scheiße meine rüstung oh ich habe eine scheiß rüstung aber ich habe acht dias echt ja grad mal ebenso gefunden verbrennt dann hat niemand die das ist aber nicht klatschen ich sag's doch ich habe keine ne 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 habte ideas ok 100 blöcke entfernt ich bin full iron gleich mir fehlen nur noch schuhe und die mache ich mir jetzt zack 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 so dann wäre ich jetzt full vielleicht noch ein bisschen brote zack ich wäre froh wenn ich eine workbench hätte er holz so das wird eine scheiße gute runde vier minuten stellen wir schon auf so klatsch mal gleich mal ah du bist der nächste hast du eisen ja ja ganz klar ja ich habe eisen ich brauche vier eisen ja das habe ich gerade in der kiste gefunden äh wurde geportet ich auch mit dir tatsächlich tatsächlich ok ich komme mal schnell ja komm du mal ich sehe dich vier dias brauchst du zack vier dias ok äh vier ich habe gar keine dias ich habe dir eisen hingeworfen hast du es ok dann schaffe ich eins ich brauche eine workbench da hinten steht eine ich brauche erfahrungsfläschchen ich brauche ein level ach was jetzt habe ich dir schuhe gemacht hä wurde geportet so ok hier haben wir erfahrungsfläschchen perfekt wie viel level bekomme ich ich habe ihn ich habe ihn wen den gegner alter wie weit du einfach mal von mir entfernt bist 200 blöcke war der typ hobbylos echt jetzt ohne scheiß wir sind ok 185 glücke gut ich brauche den zaubertisch alter ich habe drei dias schon wieder gut gut da hinten ist einer ja gut ich habe gut essen ich bin am arsch wenn ich jetzt drauf gehe ich muss lachen ich muss sowas von hässlich lachen du hast eine diapost du kannst da drauf gehen äh drauf gehen kann man immer aber schau mal der hat ein schwert mit schärfe 1 das zieht richtig rein ich habe nicht meinen bogen komm jetzt hier mal komm 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 schon ich bin hinter dir alter alter hast du eine workbench ne mach mir eine bitte schnell ich brauche ich kann aber keine machen oh ey ich brauche aber einen zaubertisch wurde geportet da liegt nur crap da liegt nur dir schuhe oh man ey alter ich kann ihn nicht treffen ich habe sechs dias ach komm ich baue auf eine diahose komm diahose ich habe dia schuhe für dich gut du bist in meiner nähe komm zu mir ich werde eh gleich geportet aber ich such noch schnell ähm dias ich brauche einen dia noch ich habe einen dia echt kann ich mir eine diahose machen wurde geportet gut ja gut du bist in meiner nähe wie viel leben noch drei Stück okay zack erfahrungsfestival perfekt zwei level ach komm ich brauche es ist gerade ziemlich dunkel ich weiß es liegt am shader aber ich kann nichts dafür und den shader mache ich jetzt sicher nicht raus rückstoß 1 dia schwert wann kann man sowas haben woher soll ich das wissen alter ach komm wird es so schwer sein ein dia zu finden ich renne jetzt bis jetzt renne ich noch mit dem rückstoß 1 schwert rum das ist eigentlich recht gut aber ähm kannst du mal komm bitte ich weiß nicht wie gut der ist äh der ist nicht gut der hat eigentlich nicht gute ausrichtung aber er hat mich halt am anfang gut gettet ein dia ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe endlich mal eine gescheite Runde er hat nur dia Schuhe und ich habe ich bin bald full dia gell so zack 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 ich gewinne die Runde nein nein was nein nicht ich komme schneller ihr seid 100 blöcke von mir entfernt 180 ich beeil mich Fisch essen renne mich rein schon in dir wow bitte werde geportet ich werde geportet mit dir du bist hinter ich bin hinter dir oh jetzt habe ich den goldapfel gegessen gut da kriegst was nein ich brauche den noch egal habt ihr dir schon gegeben ja ich habe sie angezogen ich brauche noch dir Hose ja ich habe aber keine ich habe ein dir ich habe keine kannst du mir helfen vielleicht ein paar Diers zu finden ja da hinten ist er oh man ey die die sind so Schisser ohne Witz der hat gar keinen Fallschaden bekommen what the alter ja Fallschaden drank des Schadens das hat mir einfach mal 5 Herzchen gezockt ich habe ihn habe ihn ey Junge Team Diers perfekt oh man oh man das wird ein heftiges Battle im Finale jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit uns aufzurüsten und so Dierschuhe brauchen wir nicht ich hätte gerne noch ein paar XP-Pöckchen Boah was hatte der denn hat er der noch weitere nein hat er nicht alter wäre fast am Arsch gewesen wie viel Gold hast du 19 19 Gold kann ich es haben bitte wieso ich will was schauen ein OP Apfel nein das kann ich locker nicht haben aber ich will was bitte ey meine Kiste bitte kann ich es haben bitte ich will mir aber selber einen Gold Apfel machen oh du Scheiss komm schon bitte nur ein Versuch bitte wie soll nur ein Versuch was ist ein Versuch ich will was testen komm bitte sei mal einmal so nett einmal bitte bitte wie viel Gold brauchst alles bitte schnell schnell ich weiß dass du dir einen OP Gold Apfel machst ich weiß es bitte Manni ich hab verkackt du machst einen OP Gold Apfel ich weiß es du bist so gemein bitte ich will nur einmal schaffen such doch halt noch schnell Gold ich find aber nicht so schnell zu viel ok Deal bei einer Minute Deathmatch kriege dein Gold wenn ihr es nicht zusammen habt ok Deal äh Deal aber dann machst du mich fertig dann ist es gar nicht mehr spannend ich benutze ihn nicht na bitte ich weiß dass du ihn benutzt ich das ist doch dein Kacke hier brauchst du bist nur dein Gold nimmer ok woher hast du eigentlich so viel Gold ich werde von dem Scheißkanakter du also du bist eiskalt ok hat verloren ja ja beste Runde ever beste so lange haben wir es probiert bist du am arsch hey wer hat das gesagt also wenn du einen goldapfel zusammen kriegst das wäre so ein epischer feig am schluss ich muss dann auch verzaubernde ich habe noch mal ein level so du bist noch verzaubern ja hast du ein apfel was wie viel apfel 9 3d du hast auch mir kein gold gegeben danke ich habe hier noch mal bist du zuerst kampf oder ich verzaube noch ein bisschen so ein level natürlich kriegt das beste mit einem level drauf ja bestem aber ich habe noch was vergessen und dann 31 gold wer so weit ich bin eh am arsch komm schon flieg runter kann man nicht oh stimmt du bist so am arsch oh man ist das hässlich scheiße ich brenne ich bin fertig ja so also ich würde sagen wir beenden jetzt die folge du hattest volle leben du hässlicher also haut rein bis zum nächsten mal ciao ciao ciao